Willkommen zu einer kleinen Infofolge. Ja, es ist ja schon bestimmt einigen Leuten aufgefallen, dass seit Anfang der Woche keine Star Stable Videos mehr kommen. Das liegt einfach daran, dass ich nicht zum Aufnehmen komme und auch keine Folgen mehr vorbereiten konnte, habe. Und ja, wie man hier auch sieht, Oma Rose, da habe ich auch noch nicht angefangen. Ja, die Quest nach Mistfall, ich komme da auch noch nicht rein. Ich komme jetzt zwar auf den Server, aber ja, die Zeit fehlt einfach. Ich habe es im Mittwochs-Update-Video, dass er jetzt auch verspätet kam, schon einigen gesagt. Aber ich sage es auch gerne nochmal. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann schon mal erwähnt habe, aber ich arbeite zurzeit im Tierheim und es geht nur um Lebewesen und von daher kann ich da leider nicht sagen, ich gehe jetzt einfach mal. Momentan ist einfach extrem viel los. Wir sind mehr als voll, was Tiere angeht. Und ja, die wollen alle versorgt werden und ja, da muss man leider auch mal länger bleiben, vor allem weil es leider auch momentan so ist, dass ja überall doch einige Leute krank werden. Und ja, andere Leute haben schon Urlaub natürlich rechtzeitig eingereicht gehabt. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig, personell gesehen. Und ja, von daher muss ich halt momentan leider doch recht viel arbeiten. Aber ja, sonst hätte ich auch kein ruhiges Gewissen, wenn die Tierchen nicht versorgt werden würden. Oder halt, wenn andere Kollegen da wirklich extrem lange bleiben müssten, um das alles irgendwie zu schaffen. Ja, das ist der Grund, warum ich momentan einfach nicht dazu komme, aufzunehmen. Ich musste auch am Wochenende arbeiten. Das war auch doch sehr anstrengend wieder. Und von daher, ich habe momentan einfach nicht, ja, die Kraft, die Zeit, dann noch Videos zu machen. Es soll ja auch Spaß machen. Es ist ein Hobby und Hobbys sollen halt Spaß machen. Und wenn man dann nach Hause kommt und einfach nur, ja, sich hinsetzen möchte und nichts weitermachen möchte, dann mache ich das jetzt einfach so. Also, geht nicht anders. Es tut mir leid. Ich mache das sehr, sehr gerne, die Videos. Aber momentan ist es einfach, nee, momentan sage ich einfach, nee, es geht nicht. Ich kann jetzt nicht spielen. Und dann bleibt das halt auf der Strecke. Und deswegen kommt jetzt nichts. Auch Horsehaven habe ich zwar noch ein paar Folgen aufgenommen, immer mal wieder. Ich mache jetzt einfach mal im Rennen wenigstens. Aber, ja, da komme ich momentan nicht dazu, die zu schneiden oder zu rendern, geschweige denn dann auch noch hochzuladen. Ich werde es jetzt demnächst versuchen. Ich komme auch nicht wirklich dazu, groß was zu machen. Auch bei Star Stable versuche ich einfach nur irgendwie, ja, dass meine Pferde versorgt sind, damit die nicht hier einen gelben oder roten Smiley bekommen. Und, ja, so ein bisschen die Weihnachtswünsche einsammeln hier in Star Stable. Und bei Horsehaven versuche ich einfach, ja, so wie es geht, ein bisschen Münzen zu farmen, ein bisschen Futter zu mischen und zu verkaufen. Eine Zucht habe ich jetzt noch gemacht. Aber das werdet ihr sehen. Eine Zucht habe ich jetzt auch noch, ja, sozusagen im Auf... also nicht während der Aufnahme weitergeführt. Aber, ja, alles weitere wird dann wieder in Aufnahmen stattfinden. Ich weiß nur nicht, wann und wie ich dazu komme. Ja, ich hoffe so ein bisschen auf euer Verständnis und, ähm, es wird auf jeden Fall weitergehen, nur momentan ist es wirklich echt heftig. Und, äh, ja, über die Weihnachtsfeiertage werde ich auch definitiv nicht dazu kommen. Das ist dann wirklich so Zeit, die ich mit der Familie verbringen möchte und das auch werde. Und da, ja, geht's einfach nicht. Da werde ich dann auch nur schauen, dass ich gucke, dass hier mit Star Stable die Stallhilfe aktiv ist. Und, äh, Horsehaven wird wahrscheinlich komplett ruhen. Eventuell schaffe ich es mich wenigstens kurz einzulongen, den Daily-Bonus abzuholen, die Diamanten. Was ja echt schade wäre, aber ich werde da nichts machen. Also ich werde Knicht züchten oder irgendwas in der Art. Von daher ist da auch nicht viel zu verpassen. Gut, ja, das war's dann aber erstmal von dem kleinen Infovideo. Wie gesagt, ich, ähm, weiß nicht, wann ich wieder dazu komme, weil ich nächste Woche sowieso auf jeden Fall, äh, ja, lang arbeiten muss, sagen wir immer, dass wir auch nachmittags auf jeden Fall da sind. Jetzt ist eigentlich meine kurze Woche, wo ich, ähm, eigentlich mittags gehen kann, was momentan leider ja nicht möglich ist. Aber, ähm, ja, von daher mal sehen, inwieweit ich mich dann über die Weihnachtsfeiertage erhole und, äh, wie es dann mit der Lust am Spielen aussieht nächste Woche. Wie gesagt, also spätestens dann nächstes Jahr geht's auf jeden Fall weiter. Mit Star Stable Horsehaven versuche ich jetzt die nächsten Tage trotzdem noch fertig zu machen. Ähm, das Update lässt ja leider doch ziemlich auf sich warten. Ähm, das sollte ja eigentlich, ich glaube, auch am 13. rauskommen. Und dann gab's eine Info, es klappt nicht. Und, äh, ja, jetzt gab's irgendwie nochmal eine Info, dass sie es versuchen, aber dass es immer noch nicht, äh, ja, vernünftig läuft. Und ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt, wann das kommt. Es wäre schön, wenn wir auf jeden Fall noch Weihnachtsdeko für unsere Pferde, für unsere Ranch kriegen. Und, ähm, das Wiedersehen mit Black Beauty, bin ich auch echt gespannt, wie das dann aussehen wird. Und, ja, was bleibt uns über, wir können nur warten und, ähm, hoffen, dass es doch noch vor Weihnachten kommt. Was jetzt natürlich sehr unwahrscheinlich ist, aber, ja. Na gut, genug gequetscht, äh, ja, genug gequatscht. Und, äh, ja, ich, äh, ihr werdet ja merken, wann dann neue Star Stable Folgen kommen. Ich hoffe, ich verpasse nicht zu viel. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.